So, hallo und herzlich willkommen, wir spielen Battlefield Play for Free, heute wieder mal kackend, mit extrem vielen Lags. So, wer schießt mich da ab? Dann sehe ich nicht, den Typen. So, das haben wir wunderbar erledigt, schauen wir gleich nach vorne. Okay, da liegen ein Arztpäckchen, sehr gut. Okay, da ist einer reingelaufen, das ist mir, naja. So, du willst jetzt da hin, dann schnappen wir uns, würde ich sagen. Asse ist schon tot. So, schau da nach oben, vielleicht. Vielleicht ist es ja da zufällig irgendwo. Schaut aber nicht so aus. Dann schauen wir da Street ahead nach vorne. So, da ist eh keiner mehr. Da kommt, aha, okay, zwei Panzer, wunderbar. So. Schauen wir uns das da mal an, da. Gut, dann da diese Typen da herumschreien. Okay, da ist anscheinend keiner. So, wie es aussieht. So, dann haben wir erwischt und ein paar. So, dann schmeißt du mich da wieder runter, blöde Stiege da. Wacht nix, kein Problem, 4 zu 0. Wir schauen da jetzt drauf, zum C-Punkt. Schauen uns da etwas um einmal. So, dann haben wir da erledigt. Wunderbar. Noch einen da. So, es schaut aus, als würden wir gewinnen. Sehr erfreulich wieder mal. So, was ist es mit diesem Posten da, kann man nicht einnehmen. Wunderbar. Schauen wir da weiter zum T-Punkt, was da unten abgeht. Sehr gut, wunderbar. Da unten läuft einer herunter. Sehr gut, dann haben wir auch eliminiert und wunderbar. So, und jetzt haben sie uns erwischt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, wo der war. Aber kein Problem. Wir spielen übrigens Kackend. Ah, okay. Und, ja, Kackend mit der StG wie immer. So, und was war das jetzt? Na gut, okay, kann man nix machen. Kann man nix machen, wir sind ja gleich wieder da, so. Diesen Typen schnapp ich mir aber da jetzt, das sag ich dir. Der kommt mir nicht noch einmal davon. So, und ich verschmeiß da die Kanabe. Da kommt so ein Quer. Aha, das ist sein Trick gewesen. So, es ist noch immer nicht zu Ende des Matches. Es wird nicht, nicht beendeter. So, ist da noch irgendwo wer? Ups. Aber es schaut nicht so aus. Es schaut so aus, als hätten sie uns dann einen Punkt da jetzt weggenommen. In letzter Minute. So. Und ein C-Punkt, wunderbar. So, wir schauen dann nach oben. So, wir schauen dann nach oben. So, wir schauen dann nach oben. Okay, es schaut eigentlich ziemlich gut aus. Schauen wir da auf der Seite von beide. Keine mehr da. Okay, jetzt haben wir uns den D-Punkt auch noch weggenommen. So, wir werden da. Niederlage, okay. Kein Problem. Spiel mal noch eine kleine Runde. 10 zu 2, wunderbar. So, wir warten darauf aufs Bireit. Schauen wir uns das an. So, da sind wir schon, wunderbar. Wir holen uns da ein Fahrzeug. Vorzüglicherweise dieses Panzerabwehrfahrzeug da. Ich frage, ob es das noch ausgeht. Schaut gut aus. Sehr gut, wunderbar. So, da fahren wir somit gleich zum C-Punkt. So, auf die Seite da. Komm, fahren wir da etwas schneller da oder wie schaut's aus? So, auf zum C-Punkt. Dass wir uns den da noch holen können, bevor der Gegner da ist. So, wir sind da angekommen. Warten wir kurz einmal. Da kommen schon die Panzerfahrzeuge angepasst. So, schau, da schauen wir nichts. Oh, okay, jetzt haben wir da ein Problem. Das Panzerproblem haben wir da jetzt. So, ouch, ouch. Und er hat uns erwischt. Okay. Ich war jetzt vielleicht nicht so ein geschickter Anfang da. Na gut, aber immerhin. Da haben wir noch was erreichen können. So, da vorne war dieser Bouncer. Gehen wir da auf der Seite vorbei. So, wo ist er? Nicht mehr da. Sehr gut. Dann haben wir auch erwischt und ein paar. So, da schießt mich irgendwie ab. Ich seh nicht. Autsch, okay. Der war auf dem Dach, den hab ich jetzt nicht gesehen. Na gut, kann man nichts machen. So, sind wir gleich wieder da. Wunderbar. So, dann erwische ich dort nicht. So, und schon wieder der da oben. Okay. Kann man nichts machen. 2 zu 3. Nicht der beste Start heute, aber gut. So, ouch. Dann schießt das doch schon wieder ab. Und wäre es ein Schlag, so wie es aussieht. So, und schon wieder erwischt. Das gibt's ja nicht. So. Hoffenweise, Leute da. So, schnell da rein, bevor wir sterben wieder. Berge. So, warum hab ich denn nicht getroffen? Das war eigentlich eine Frechheit. Aber gut. Ja. So. Aha. Wir sind wieder da. Dieses Mal lasse ich mich da nicht gleich abschießen, da. In diesem Sackgesicht da. So. Den haben wir jetzt endlich erwischt. So, ein etwas gefährliches Dings da. So, der steht da auf diesem Tach oben da. Da ist keiner mehr. Wunderbar. So, wie es ausschaut. Autsch. Und jetzt hat uns der, das Panzerabwehrfahrzeug für uns erwischt. Na gut. So. So, und schon wieder Sniper. Das geht nur, dass schon die Mode eindeutig zu viele Sniper, so wie es ausschaut. Na gut. So, und schon wieder. Das gibt's ja nichts. Also heute ist ehrlich gesagt nicht mehr ein Dank. So, wie es ausschaut. So. Aber immerhin haben wir ihn erwischt. Besser als nichts. Heute ist nichts an meinem Gewinnertag. So, wie es ausschaut. Aber das ist... So, und warum muss ich da dieses Paket werfen, da wenn da 5.000 Gegner sind? Das war natürlich jetzt sehr gescheit. So, endlich haben wir wieder mal irgendwann erwischt. So, schon fast ein Wunder. Nicht so mal ein Glücksfall heute da. So, immerhin haben wir einen noch erwischt. 9 zu 10, okay. Nicht eine Glanzbilanz. Aber gut. So, wir sind da. Sehr gut. Jetzt haben wir zumindest einmal die Chance, dass wir da herüberkommen. So, ich erwischt diesen Typen nicht. Oh, zumindest jetzt. So, wunderbar. Wir haben zumindest noch etwas aufgeholt da jetzt. Besser als nichts. So, da kommt ein Panzerfahrzeug. So, jetzt haben wir uns das Fahrzeug erwischt. Okay, kein Problem. 13, 11. Naja, okay. Gibt bessere Tage auch und schlechtere. Das gibt es immer. Der gehört eh zu uns da. So, da ist keiner da. So. immerhin jetzt komme ich da wieder nicht über diese Mauer da drüber das passiert mir auch jedes Mal wieder so zumindest den haben wir noch erwischt so ok da gehen wir besser nicht hinter so immerhin 1911 ok ok da verstecken sie sich also unterbrochen zu wissen für 1200 Punkte haben wir auch geschafft zumindest noch ein halbwegs schönes Ergebnis zum Schluss so ok den haben wir da unterwischt so was ist da vorne los da ist irgendwo ein Sniper gestanden vorher so 74 Punkte da haben wir drinnen also reicht so und mit der Sniper na gut ok da müssen wir auf jeden Fall hinter stehen und 5500 dort das schauen wir uns gleich an eigentlich ein Schafschütze ok das ist uns schon bekannt so und wieder mit der Farmers na gut so das Match zieht sich etwas dahin irgendwie geht nichts weiter da keiner keiner der beiden Teams nimmt irgendwas ein das ist eigentlich ein Wahnsinn so aber wir schauen wieder nach vorne oh da kommt ein Fahrzeug so und mein Gott ok naja so wir warten kurz ab sind schon wieder im Spiel drinnen also im Match so den Punkt haben sie anscheinend eingenommen jetzt da sprich wir können eigentlich jetzt schauen so so da drinnen sollte es zugehen aber auch nicht da oben haben wir wieder 5000 Leute da 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 so und die Farmers wieder wie ich das drum hat aber immerhin 23.15, okay, das ist jetzt nicht so toll, aber gut, besser als nicht. So, wir haben den Typen mit der blöden Farmers haben wir erwischt. Nächstens was. Nachher des toten Mannes ist auch sehr empfehlenswert. Oh, okay. Warten wir da kurz ab. So, aber immerhin, wir haben ihn erwischt, das ist das Wichtigste. Aber er uns auch, okay. Naja, okay. Nicht wirklich ein Traumergebnis, aber besser als nichts. So, wir gehen da. Okay, na gut. Das Match ist vorbei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, Ergebnis nicht so super, aber bis dahin und ciao.